Die Bildschöne Fremde P-Dance auf dem Barhocker Von Beginn an zieht ihn die atemberaubende Juliette, die er am Tresen der Jasper erblickt, in ihren Bann. Ihm wird heiß und kalt. Nichts macht den gutaussehenden Nick stärker an als Female Desperation und nasse Spiele. Für ihn steht fest, er muss sie kennenlernen und ihr speziell in dieser hocherotischen Situation näher kommen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de